Hi und herzlich willkommen zurück bei mir, Kuman Let's Plays und der unendlichen Geschichte. Ich bin immer noch in der Vorproduktion. Ich habe jetzt gerade mal die Hälfte von dem, was ich muss. Trinken wir doch erst mal einen Kaffee, komm. Gut. 291, glaube ich, folgende Nummer. Ich habe letztes Mal festgestellt, dass das, was wir vorhatten, nicht funktioniert, weil erstens mal haben wir Dinge falsch benannt und zweitens mal haben wir viel, 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 viel zu wenige Hoppers. Green Dye, nehmen wir alles weg. So. Und machen so. Mit Holz. Planks. Loks. Planks. Machen wir mal Kisten. Elf. Immer noch so wenig. So, komm. Bam. 19, 21. Ich glaube nicht, dass das reicht. Ah, den Chests haben wir hier noch. Naja. Hohen wir mal Eisen. Komm. Oh, falsch. Gut. Gut, das heißt, wir brauchen hier nochmal. Gut, 22 Hopper. Ich dachte, wir seien schon fertig hier. Sind wir anscheinend nicht. Und zwar, drei, vier, fünf. Und zwar, drei, vier, fünf. Gut, dann nehmen wir Holz mit. Und zwar viel. Da springt er einfach nebenbei, äh, neben vorbei, daneben vorbei. Mann, was soll das? So. 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 Können wir uns ein bisschen ums Lager. Ah. Planks. 15. Lock, 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 lock. Plank. 16. Machen wir es so. 28. Können wir machen. Erst Eisenbrümmen. Weitere 22. 22. Erstmal mal einen Apfel. oder zwei. Und zwei, drei. Drei, vier, fünf. Und zwei, drei, vier, fünf. Eins, drei. Eins, drei. Gut. Planks. Planks. Lock, lock. 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 Machen wir gerade Großproduktion, komm. Machen wir das noch mal, genau so. Gar ein 20, nehmen wir mit. Und wieder so ein Trittrich. Oh, habe ich die alle falsch gemacht? Drei, vier, fünf. Kann sein, dass ich die dann noch mal wegnehmen muss. Jetzt. Acht. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. So. Elf. Gibt 44. Gibt Eisen. Gut. Geladen. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Machen wir das so. Elf, elf. Elf. Gold. Sehr gut. Ein, zwei, drei, vier, vier, fünf. Gut. Machen wir elf, elf, elf. Und wir zoomen rein hier. Kupfer. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Dann haben wir das, elf. Stopp. Wieso geht das nicht hier? Hier. Da, der Trüterich wieder hier. Warum geht das nicht? Schiff. ... ... ... ... ... ... Ah, irgendwas stimmt hier nicht. Ah, irgendwas stimmt hier nicht. 1, 2, 1, 3. Jetzt hast du noch die falschen Kisten. Ah, alles klar. Jetzt weiß ich warum. Redstone-Fackel. Rucksack. So. Ich dachte mir, irgendwas ist hier faul. Rucksack. 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 Gut. Rucksack. 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 So, dann was machen wir, 10, 10. 10, 11. So, warum geht das jetzt wieder nicht? Das nervt echt. Haben wir hier die Kiste dennoch nicht fertig? Das müssen wir uns nochmal genauer angucken. Echt? Tres, 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 tres. Tres, 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 tres. Tres, 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 tres. Tres, 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 tres. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eisen. Warum habe ich jetzt wieder kein Eisen hier? Ich bin ein, was ich, was wir hier? ... ... ... ... Also 3, 4, 5. 2, 3. Das müsste jetzt gehen. Das auch. 2, 3, 1, 3. Wir müssen hier nämlich, einfach zur Erklärung, hör mal auf, du tritt, echt. Wir müssen hier jeweils eine 45er Limite setzen, damit das funktioniert. 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Und eines von denen. So soll es gehen. Sehr gut. So. Zinn. Silber. Wir finden Iron Ingot. Was müssen wir für das Letz? Müssen wir noch ein paar Stopfis holen. Und wir müssen die umbenennen. Damit es ein Objekt ist, welches ich sonst nie einlagern würde. 32, 16, 1, 2. 1, 2, 3. 11, 22. 1, 2, 3. 4. 9. Und noch. Ah, das ist noch ein altes Ding. 1, 2, 3. So. Und jetzt bleibt es drin. Mal jetzt hier oben. Das ist weniger als 45. Komm, mache ich nächstes Mal. aber immerhin die ersten teile von alu sprich von den metallen werden eingelagert sehr gut und ich sage bis zum nächsten mal hier bei mir kummer let's place und minecraft bis dann tschüss